eine lasig augenlese methode ist nicht die einzige methode um den sehfehler zu korrigieren es gibt noch eine oberflächenbehandlung oder es gibt eine smart side lentickel extraktion methode mit diesen wir auch die sehfehler beseitigen können sind sie generell für eine augenlese operation nicht geeignet kann man auch die natürliche linse austauschen oder man kann eine zusätzliche linse zu der natürlichen linse implantieren das heißt sie sehen es gibt mehrere optionen mehrere möglichkeiten um die sehfehler auszukorrigieren ich lade sie herzlichst ein unser team persönlich zu kontaktieren während des ersten gesprächs können sie erste fragen stellen und sie können auch den ersten eindruck gewinnen wie wir mit dem patienten umgehen und was sie bei uns zu erwarten haben